Polizei? Großartig, nur um dein feiges Gewissen zu erleichtern, was? Und wie wir weiterleben, das interessiert dich einen Dreck, du Märtyrer. Bloß weil so ein Miststück das einzig Richtige getan hat, was sie tun konnte, da sollen wir alle vor die Hunde gehen! Hast du etwas getan, das sie nicht so wurde? Sie wäre so und so eine geworden! Und sowas hast du geliebt? Nein. Ich liebe sie immer noch. Martin, ich mache dir keinen Vorwurf, das ist vorbei, erledigt. Aber das, das darfst du nicht tun, das muss ein Geheimnis bleiben. Ich bitte nicht für mich. Mir wirst du niemals verzeihen, das weiß ich. Aber denk an Mutter, an Lilo. Der Betrieb soll uns das Mädchen noch nach ihrem Tode ruinieren. Sei doch endlich mal ein Mann, einmal in deinem Leben. Wie ist man ein Mann? Wenn man mit seinen Fehlern allein fertig wird, ohne die anderen hineinzureißen. Hast du mich verstanden? Ja. Kann ich auf dich rechnen? Ja. Na, Junge. Haben wir uns endlich mal verstanden? Ja. Na, Junge. Ja, Vater. Ja? Meine Frau, stellen Sie durch. Martin? Martin? Haben Sie meinen Sohn nicht gesehen? Nein. Martin. Martin! 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 Da! Da ist er. Martin! Martin! Janine!